Herzlich Willkommen bei Kaliha Foto. Ich stelle euch heute das Maike FC 110 Ringlicht bzw. Ringblitz vor. Es besteht aus 18 Hochleistungs-LEDs. Im Gegensatz zum Vorgängermodell hat es zwar weniger LED-Leuchten, dafür sind diese aber effektiver und es handelt sich wie gesagt um Hochleistungs-LEDs, die mehr Licht ausstrahlen. Wir haben hier insgesamt im Set mit inbegriffen einmal das Display-Menü, wo man das alles einstellen kann, mit Blitzschuh auf dem Bildschuh und der hat auch einen Kontakt, sodass die Kamera auch darauf dann mit dem Blitz reagiert. Das zeige ich euch aber gleich. Und wir haben hier diese verschiedenen Adapterringe, die auch im Set mit drin sind. Das geht von 52, 55, 58, 62, 67, 72 bis hin zu 77 mm Durchmesser. So ein Adapterring packt man aufs Objektiv vorne, schraubt man das fest und macht das Ringlicht auf diesen Adapterring. Ihr könnt euren Filter, wenn er ein Gewinde vorne drauf hat, könnt ihr den Filter drauf lassen. Ich habe jetzt mal als Beispiel eine 5D Mark II, habe ich mal da und hier packe ich jetzt einfach mal das Display. Würde man theoretisch jetzt hier drauf schrauben, wie jeden anderen Blitz auch und das Ganze festschrauben. Und das Ringlicht, ich habe den Adapter jetzt schon drauf geschraubt, ich habe jetzt ein 77er hier drauf, was man hier vielleicht erkennen kann. Hier ist jetzt rein theoretisch, hier hat man zwei Knöpfe, einen hier, einen hier, die drückt man rein und das war's. Das Ganze ist fest drauf. Und ich mache jetzt mal zu, bevor ich hier zurückgehe, wir haben hier nochmal die Klappe. Die muss natürlich nicht drauf bleiben, die können wir abnehmen, dann haben wir ganz normales Licht, so wie es kommt. Das können wir aber auch noch in der Intensität verstellen. Das zeige ich euch gleich noch. Möchte man das Licht aber wärmer, machen wir diesen gelblichen, orangenen Filter drauf und wir haben warmes Licht. Je nach Gebrauch kann man das dann verstellen. Ich stelle euch das mal hier her und nehme jetzt mal das Menü runter, damit ich euch das besser zeigen kann hier in der Kamera. Hier haben wir einen An- und Ausschalter, ganz normal. Da schalte ich das System ein. Es kommen übrigens vier ganz normale Batterien rein, um das Ganze zu betreiben. So, jetzt wäre es an. Das Display ist auch beleuchtet. Wenn man möchte, hier checken wir einmal, ob alles in Ordnung ist. Ja, Display ist blau beleuchtet, sodass man auch nachts damit arbeiten kann. Und ich zeige euch erst mal die Funktion Dauerlicht, weil für den Blitz müsste ich das draufschrauben, damit der Kontakt drauf ist und der Blitz auch richtig auslöst. Aber eine Sache ist klar, es ersetzt keinen Ringblitz. Es ist kein Blitz, sondern eine LED-Leuchte. Und das ist natürlich ein Unterschied. Es hat eine Blitzfunktion. Einen hundertprozentigen Blitz ersetzt es aber nicht. Ich werde euch das Ganze jetzt mal anhand einer Canon 5D Mark II demonstrieren. Ich habe jetzt dafür den Adapterring, weil in diesem Fall ist ein 77er Durchmesser, habe ich jetzt schon drauf geschraubt. Das Ganze einfach hier vorne draufschrauben ins Gewinde. Den Blitzschuh würdet ihr ganz normal, wie bei jedem anderen auch, einfach hier vorne rein und festschrauben. Das ist ein Blitzschuh, wie gesagt, mit Kontakt, sodass ihr bei der Fotofunktion auch vernünftig auslöst. Und das Ringlicht, wenn wir jetzt an dieser Stelle, der hat zwei Knöpfe. Hier einen, hier einen. Die drückt ihr beide rein, setzt das vorne drauf, lässt die Knöpfe los und das Ganze ist fest und das war's. Orange könnt ihr natürlich wegmachen und dann habt ihr ein ganz normales weißes Licht. Wenn ihr es nicht hart wollt oder wenn ihr es ein bisschen weicher, natürlicher wollt vom Licht, könnt ihr jederzeit diesen Orangenfilter draufmachen. Und ihr habt eine Art Kunst oder ein weicheres Licht. So, ich demonstriere das Ganze jetzt aber einfach mal im Normalen. Und ich nehme dafür mal den Schuh, das Menü ab, damit ich euch das einfach zeigen kann. Für die Blitzversion werde ich da gleich nochmal das Ganze draufschrauben, damit wir den Kontakt nutzen können. Wir machen das Ganze an und jetzt einfach mal, um zu checken, ob alle Lampen funktionieren, haben wir den Knopf Pilot. Dann checken wir einmal, okay, alle LEDs sind in Ordnung. Und jetzt haben wir hier die einfach Light und es wird Licht anhand des Displays, könnt ihr sehen, wir können die Intensität jetzt einstellen. Ich mache es jetzt mal auf volle Power. Da haben wir jetzt hier schön Druck und wenn ich das jetzt am Display runterschraube, wird das wesentlich weniger bis hin, dass es schön angenehm ist, je nachdem, welche Gegebenheiten man hat. Ich schraube jetzt mal wieder voll hoch. So, das ist die Lichtfunktion. Und natürlich kann man Lichtfunktion, ich könnte das jetzt hier drauf auf den Schuh lassen und das würde weiterhin so funktionieren, wie man das halt dann gerade braucht oder man kann das überall festmachen, wo man möchte. Ich mache es jetzt mal tatsächlich hier auf den Schuh, damit ich euch die Blitzfunktion zeigen kann. Dafür schalte ich erstmal Light wieder aus und gehe bei Mode, kann ich hier noch verschiedene Einstellungen machen im Blitz. Bei der Lichtfunktion sind immer alle 18 LEDs an, auch wenn die in der Intensität variieren können, aber es sind alle an. In der Blitzfunktion, da können wir entweder einen Blitz auslösen, wo der gesamte Kreis an ist oder wir können hier am Menü nur den halben Kreis jeweils links oder rechts auswählen. Ich habe jetzt mal den ganzen Kreis, hat den Kontakt da, ich löse aus und er macht den ganzen Blitz. Zack. So, jetzt will ich nicht ganz, sondern halb, jetzt will ich nur die linke Seite und jetzt beleuchtet er nur mit links. Das gleiche kann ich nur mit der rechten Seite und jetzt beleuchtet er nur mit rechts und ich kann auch wieder ganz einfach zurückschalten auf den ganzen Kreis und ich habe den ganzen. Wenn ich es weicher will, wie gesagt, kann ich hier den Orangen noch mit drauf machen und wir haben das weichere Orangelicht. Also, zusammengefasst, ein wirklich tolles Produkt, wo ihr ein zum Filmen perfekt, ein Ringlicht habt und zum Fotografieren ist es für den mobilen Gebrauch als Ringblitz dann in dem Fall auch gut geeignet. Am Display schön übersichtlich beleuchtet und so, dass ihr nachts auch damit arbeiten könnt, sehr einfach einzustellen hier. Ihr könnt natürlich den Blitz in der Intensität ebenfalls einstellen hier durch das Menü und ein tolles Produkt, was mit vier ganz normalen Batterien betrieben wird und seinen Dienst wirklich hervorragend leistet. Das ist der Meike FC 110 als Ringleuchte bzw. Ringblitz.